Hi Leute, und da bin ich auch wieder zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play 2009 Hollow Realization. In der letzten Folge gab es das große Update. Ihr seht es jetzt hier schon, wir sollen ja mit Argo sprechen. Eigentlich warte ich hier mal, aber dadurch, dass mein Videoprogramm mal wieder so lange bearbeiten muss, ist natürlich Argo verschwunden. Und es befindet sich am Plaza am Teleporter-Tor. Yippie! Not. Definitely not. Und jetzt muss man das mal wieder sporen lassen. Und das kann ja wieder einige Jahre dauern. Hier ist nämlich jetzt der Plaza-Teleporter leer und gleich wird der Argo auch blocken. Hoffe ich doch. Jo. Hago! Hago, da bist du ja! Wir wollen mit dir reden! Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hago, da bist du nicht. Hago, da bist du nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber ich wollte noch das Quäste machen. Aber ich würde das Quer-Mit-Mit-Mit-Miteln nach oben gehen. Aber ich hatte mein Wälder, dass ich ein gewisser Geist hatte. Ich hatte auch noch so die Wälder-Miteln. Und ich konnte nur die Wälder-Miteln sehen. Ich konnte auch nicht mehr Informationen wissen, dass ich mich nicht gewinnen kann. Ich glaube, ich finde es gut. Oh, das war aber schnell. Ja, wir müssen nämlich weiter forschen, aber das mache ich natürlich erstmal nicht mit euch. Wir sehen uns dann später wieder. Also für euch ist es nur ein kleiner Cut. Für mich werden einige Tage, vielleicht auch Wochen oder so, ich weiß es nicht. Wir gehen, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen. Also bis gleich. Hey Leute, und da bin ich auch wieder zurück nach dem kurzen Schnitt. Und nun geht es endlich wieder weiter. Ihr seht, es ist einiges passiert. Okay, jetzt seht ihr, es ist einiges passiert. Und zwar seht ihr hier das zum Beispiel. Erkunde den Turm, nämlich wir können jetzt gegen den Endboss betteln. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge machen und verbringen etwas Zeit mit Yui. Und zwar habe ich es nun endlich geschafft. Ihr seht, Asna auf Level 6, Silika Level 6, Leastbit Level 6, Liefer Level 6, Shinon Level 6, Yui Level 6, Darrier Level 6, Filia Level 6, Argo Level 6, Yuki Level 6, Klein Level 6, Egg Level 6, Premiere Level 6 und Key Summit Level 6. Und jetzt, um euch das nochmal direkter zu zeigen, möchte ich euch das hier in meinen Trophys zeigen. Wo haben wir es? Ja, wir haben es. Ihr seht, alle Charakter tatsächlich auf maximale Zuneigung. Wir haben es geschafft. Daddy ist ein Spieler, maximal Zuneigung zu allen Charakters. Eigentlich nur zu den weiblichen Charakters. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben alle Charakter tatsächlich jetzt hier auf 100%. So, gehe alleine zu Silikas Laden. Das werden wir jetzt so machen. Ich komme jetzt am schnellsten da hin. Ich glaube, es war über den Weg. Oder komme ich hier zur Markstraße? Nein, nein, ich bin hier schon am richtigen Ort. Wir machen, wie gesagt, hier das noch fertig. Und dann in der nächsten Folge kämpfen wir, ich denke mal, gegen tatsächlich den Boss. Es sind tatsächlich zwei Bosse, aber das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, nämlich schon beim Boss Raid Meeting reingekommen. Und ja, ich dachte eigentlich, dass da irgendeine Zwischensequenz getriggert wird, aber nö, anscheinend nicht. Und wie ich das mit den Bettzinnen mache, das weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, wir werden später erst die Dampfbrüche, die Dingens machen. Ihr wisst schon. Egal. Jetzt gehen wir erstmal zu Silikas. Ne, jetzt wollte ich noch kein Dampfbrüchen kaufen. Achso, ich muss rein. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Oh, Rizka! O店の調子ですか? Tsch,向こうに新しい肉まん屋がオープンしたんでしょ? 知ってるわよ Naので、あんまりこっちの肉まんが売れなくて ま、普通はそうなるわよね けど、シリカの肉まんが美味しいのは間違いないし きっと数日後にはいつも通りになるさ 甘い! そうやってアグラを描いていた結果 新しい波に飲み込まれた人を何人も見てきたわ ゲームの中のショップなのに、そんなに厳しいのか? ゲームの中とか外とかは関係ないわ 利用する人は同じ人間だもの た、確かに Tizza、どうしたらいいでしょうか? そうね ここは一つ、体を貼るしかないわ シリカ、あんたにできる? 体を貼ること 体を貼る…ですか? 不安もあると思うけど、あたしも協力するから あ、わかりました あたし、お客さんを呼ぶために頑張ります よく言ったわ 早速準備するから、ついてきなさい はい 何をするつもりなんだ さあ、いらっしゃい ジューシーでおいしい肉まんですよ あ、あの、肉まんですよ おいしい肉まんはいかがですか? カレーまんもありますよ ほらほら、笑顔が固い あの、なんでバニー衣装なんだ? たまたまモンスターからドロップしたのよ しかも連続で2つ 別にあたしが着る理由もないし 誰かにあげようと思ったままだったのよね まさかこうして役に立つ日が来るとは思わなかったわ さあ、シュリカ、どんどんお客さんを引き寄せるわよ あ、はい 肉まんいかがですか? できたてで、あったかで、ジューシーです お、あの子たちかわいいな 肉まんのお店だって、買ってかない? すみません、一つください あ、ありがとうございます お客さんが集まり始めたわ この調子で頑張るわよ はい、リズさん やりましたね、完売です しかもあっという間に 商売にはインパクトも大事ってことね さすがリズさんです ありがとうございました やっぱお店っていうのは 一人でやるには難しいことが多いのよ 私も新しく看板を作ったおかげで より前向きな気持ちでいられるようになった あんたとシリカ 二人には本当に感謝しているわ 出過ぎたことを言ったと思っていたから そう思ってくれるなら嬉しいよ 私もリズさんに憧れてお店を始めましたけど 考えていた以上にいろいろ大変で ですけど 皆さんが支えてくれたから 肉まんを売り続けることができるんです そして 肉まんを売ることで お客さんも笑顔になってくれる お店というのは 温かい気持ちが 人から人へ連鎖していくものなんですね 人と人 信頼を築けば 気持ちは伝わっていくのよ なあ 店っていうのは 単純にいい商品を売り買いするだけじゃないんだよな そうですね よし より多くの人に 肉まんを食べてもらうよう 頑張ります ええ 一歩ずつ頑張りましょう 気持ちの連鎖 特にリズとシリカは 今回のことでそれを強く感じたんじゃないかな それこそ 本当の姉妹のように強い気持ちを この二人なら きっとその温かい気持ちを 多くのプレイヤーに振りまいていけるはずだ ご視聴ありがとうございました 気持ちの仲間が 努力が入ったのですね これも ist sie denn und zwar verbringen zeit mit juli schafft ihr wenn juli halt auch level 5 ist also wenn ihr 5 geschafft habt mit juli und dann kommt halt diese szene jahre juli wird mit juli zeit verbringen ist ja bei jedem charakter so wenn man so der 5 oder 6 erreicht hat dann bekommt man eine extra szene mit dem jeweiligen charakter dann gehen wir mal kurz zum gast launch verbringen zeit mit juli und der nächsten folge können wir uns dann voll konzentrieren auf den nächsten boss fight vorher noch die quest ab gesagt habt eigentlich schon alles durch aber die leute glücklich zu machen ist doch auch schön damit man bei ihnen die quest helfen kann so hier sollte irgendwo die sein wir können ja gleich noch mal nachgucken kurz rund um schauen nähe sich jetzt im ersten moment nicht juli ist aber hier im gasthaus lounge das heißt sie müsste gleich spornen da ja ja yui ja yui 1人でお出かけ中か o散歩です soろそろ yadoyah ni戻ろうとしていました 俺は適当にうろついていただけなんだけど でもせっかく yui to kohs te de ait und dann da c 一緒にやでやで親手でも食べようか o o o o o o o o o Ja, wenn du so viel wärst, dann bist du okay? Ja, es ist kein Problem. Wer ist das? Wer ist das? Straya ist das? Komm schon! Ich bin jetzt! Komm schon, Straya! Ah, 2人でご飯中? いい匂いがするなって思ったんだ とっても美味しいピザですよ いいないいなー 私も食べたーい ああ、ストレアも食べていいよ 余分に ほんと? ありがとう お礼に抱きしめてあげる おい! 別に抱きつかなくても 苦しい ストレア パパとの浮気はダメですよ 浮気じゃなくて本気だもん どこでそういう言葉遊びを覚えてくるんだよ 浮気が本気に変わったとき それが最も夫婦の危機だと言われています いや、ユイもそんな知識を集めなくていいからな さてと それじゃあピザをもらっちゃうね いただきまーす はあ 困った妹です ゆいはストレアのお姉ちゃんだもんな 見た目は私の方がお姉ちゃんだけどね 2日は ゆいはちっちゃくてかわいいし アタシがお姉ちゃんになろうか? ― マーケ ましょうか? Ja, das ist das. Aber das Pizza ist wirklich sehr schön. Die Kuchli-Kuchli-Kuchzeile ist sehr schön. Ich will noch etwas essen. Ah, so ist... Wie ist das? Ja, Strea. Ich werde diesen Kucheln vergeben. Kann ich mir das? Ja, das ist meine Frau. Ja, das ist nicht so. Ich glaube, dass es real ist, wenn man sich um die Verlust zu haben hat. Vielleicht ist er noch ein paar Mal, wenn man sich um die Verlust zu haben. Soll ich... Papa und Mama haben viele Dinge zu tun, dass es nicht so ist. Yui... Okay, ich bin nicht mehr. Ich bin mit mir zusammen. So ist das? Dann... Das ist so eine Straya-Gauchin. Das ist sicher, dass die Straya-Gauchin-Gauchin-Gauchin-Gauchin-Gauchin-Gauchin-Gauchin. Äh... O姉さんというのは難しいですね。 どんなことをすれば、お姉さんのようになれるのでしょうか? Eh...えーっと... 俺も姉がいたことないし、わからないんだけど... お姉ちゃんって欲しかった? どうかな... 考えたことなかったけど... いたらどんな感じなんだろう... じゃあ、あたしがお姉さんになってあげる! えっ? ほらほら、ぎゅー! だがっ、よ、よ、よせって! よしよし、かわいい弟くん、甘えてもいいよ! Straya! パパを困らせてはだめですよ! それにパパにはママという人がいるんですから... うーん... 兄弟の愛情表現なのに... はぁ... やっぱりユイのほうがお姉さんで、 ストレアのほうが妹だな... へぇー!なんでー? 自由奔放すぎるというか、なんというか... そうですよ! これから私がいろいろ教えてあげますからね! はーい、お姉ちゃん! たぶんこの姉妹の関係は、終わることなく続くんだろうな... けど、それが仲のいい印なのかもしれないけど... お姉ちゃん! なぁー! 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 なぁー!